Wir sind die Schnüppel AG und wir schneiden das Essen für das Mittagessen. Und wir haben auch ziemlich doll Spaß. Vorher muss man natürlich aber auch aus hygienischen Gründen das Gemüse abwaschen, eine Schürze tragen und auch ein Käppi tragen und ebenfalls Hände waschen. Die Klassen selbstständig noch zusätzlich zu ihrem Mensaessen, das über den Caterer geliefert wird, frischer selber produzieren sollen. Also einen Nachtisch oder einen Salat, also Möhren, Äpfel, Bananen, Gurken, das ist da immer mit drin, Paprika. Und das sollen die Kinder dann einfach nutzen, um sich selber noch kleine Happen zu produzieren. Wir stimmen jetzt über das Essen ab. Wir können dazwischen drei Gerichten auswählen. Das stimmen hier die Klassensprecher dann der Klassen ab. Das ist einer. Dann hat wahrscheinlich die Geflügelbrat-Curry-Wurst-Topf mit Mais und Kartoffel-Wedges da gewonnen. Man muss sich natürlich vor dem Essen auch die Hände waschen. Zwischen den Fingern vor allem, bei den Fingernägeln, damit der ganze Trink auch weggeht. Dann nimmt man sich ein, zwei Tücher, damit man nichts verschwendet. Und schon ist man fertig. Ich finde es schön an der Mensa, dass sie so groß, dass es so viel Platz ist und dass es so vielfältig ist. Die Farben sind dort auch richtig schön und mir gefällt es. Ich finde es toll, dass wir uns aussuchen können, in welcher Tischgruppe wir sitzen. Also in der Mensa ist eigentlich das komplette Kollegium. Also das geht von Lehrern, pädagogischen Mitarbeiter, Schulbegleiter, Schulsozialarbeiter, Förderschullehrer. Ich glaube es gibt keinen in dem Team bei uns an der Schule, der nicht in der Mensa ist. Wir haben für uns ein System gewählt, dass Kinder bzw. acht Personen am Tisch gemeinsam sitzen. Eine Schüsselausgabe, also die Elemente getrennt auf den Tisch kommen, sodass jeder für sich seine Komponente auswählen kann, die er gerne mag am jeweiligen Tag. Dadurch essen auch immer alle gemeinsam, wie es in der Familie auch üblich wäre. Also sie starten gemeinsam, sollen gemeinsam enden, den Tisch wieder neu eindecken, sauber machen. Okay, wer möchte denn den Tisch wischen? Das machen zwei Kinder. Ihr könnt das nicht machen. Wer hat denn jetzt noch keinen Dienst? Ich. Ich mache Teller. Ich mache Gläser. Musik Jetzt ist alles wieder sauber für den nächsten Tag. Also mir gefällt, was man noch in der Mensa tun kann, finde ich, das ist sozusagen fast eine Pause. Man kann mit vielen Leuten auch beim Essen reden, also natürlich nicht zu laut, aber... Also in der Mensa tauscht man sich meistens auch nochmal aus, wenn der eine nicht weiß, was haben wir jetzt nächstes in der Schulstunde oder so etwas. Also die Mensa wird natürlich sehr viel für das Mittagessen, aber für alle Fälle jeden Tag genutzt. Außerdem wird die Mensa aber ja auch noch für Dienstbesprechungen genutzt, für verschiedene Veranstaltungen, die hier stattfinden. Sommer, Basketballspiele. Beziehungsweise Schulfeste, wo Kuchen, Kaffee verkauft ist. Also es ist ein großer Treffpunkt. In der Mensa findet noch die regionale Kinderkonferenz statt. Der einzige richtig große Raum, der bestuhlt ist. Und von daher bot sich das einfach an, in den Schulalltag auch mit einzubauen. Jetzt stimmen wir ab, ob es einem gut oder nicht gut geschmeckt hat. Grüner Ball ist gut, roter Ball ist nicht gut. Also mich hat es richtig umgehauen. Genau, mich auch. Also wir haben auch eine Obstkiste, da kriegen wir jede Woche, kriegen wir dann ganz viel Obst- und Gemüsegespende. Obst und Gemüse, Gurken, Bananen, Radieschen, Äpfel. Das ist ein Schulkiosk, wo wir mitarbeiten können. Und dann machen diese Kinder halt Sachen wie Brötchen zum Essen. Und da können sich halt die Kinder von ihrem Geld etwas kaufen. Der Ottis-Eck verkauft immer jeden Dienstag in der ersten Pause in der Mensa. Dann stehen da zum Beispiel Kinder, die den Müll rausbringen, weil sich zu viel Müll in den Mülltonnen eingesammelt hat. Es gibt eine Saftbar, wo man sich Saft nehmen kann. Wir machen auch, wenn wir genug Geld bekommen haben, Betriebsausflüge, weil wir so fleißig gearbeitet haben. Im Zuge der Inklusion an der Schule gibt es mit Abschluss der vierten Klasse eine sogenannte lebenspraktische Prüfung. Und dazu kommen ja immer noch Kinder, die in Mathe oder Deutsch Schwierigkeiten haben. Und diese Schüler haben wir eigentlich mehr oder weniger zusammengepackt in einer festen Gruppe. Kinder, die produzieren jetzt selbstständig an einem Tag Essen, leckere, gesunde Snacks. Die gehen dafür einkaufen, die backen dafür, die kochen dafür. Die haben einzelne Aufgaben. Wer baut Ottis-Eck auf, wer macht die Kasse an dem Tag, wer führt das Kassenbuch. Die finanzieren sich komplett selber. Und sie sind jetzt so eingesetzt, dass die lernschwachen Schüler zum Beispiel in Mathe dann das Kassenbuch führen. Obst und Gemüse von Ottis-Eck. Untertitelung des ZDF, 2020